Ein innovatives Vorzeigeunternehmen, das in puncto moderner Installation und Zuverlässigkeit stets am Puls ist, ist die Firma Elektro Kogler aus Kappel am Krabfeld. Über zwei Jahrzehnte Erfahrung und eine gehörige Portion Innovationsgeist machen die Firma Kogler zu einem einzigartigen Betrieb. Spezialisiert hat sich das Unternehmen, das einen hervorragenden Ruf genießt, auf die Installation von Bussystemen für Heimanwender und Gewerbebetreibende. Ein Bussystem hilft Ihnen bei der überschaubaren wie energiesparenden Organisation des Alltags. Wenn Sie aus dem Haus gehen, können Sie mit nur einem Tastendruck zum Beispiel alle Lichter ausschalten, die Raumtemperatur individuell anpassen und die Alarmanlage scharf schalten. Nachträgliche Änderungen werden einfach am PC realisiert. Ein weiteres Highlight der Firma Kogler liegt in der Installation von modernen Fingerprint-Zutrittssystemen. Damit können Sie Ihre Haustüre einfach mit dem Finger statt mit dem Schlüssel öffnen. Weitere Infos gibt es unter www.elektro-kogler.at www.elektro-kogler.at www.elektro-kogler.at